Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und darf euch heute wieder begrüßen zum zweiten Teil meines Valentinstags Special hier auf dem Kanal. Meines großen, ich weiß noch nicht, vielleicht wird es ein Blitzball, ich weiß noch nicht, mal gucken. So, wir sind wieder immer noch dabei uns einen Ort zu suchen, an dem wir eine Frau treffen können. Ein Mädchen, ein sogenanntes, eins von diesen Objekten, das halt nicht ein Junge ist. Ja, okay. Okay, was haben wir denn im Inventory? Wir haben ein Dirty Magazine im Inventory oder eine Tissue Box. Wir haben ein Dategift, haben ein Stafford Bär, Messenger, okay, da ist nix, 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 nix. Kaufen können wir, warte, wir haben tausend, das können wir noch was abnehmen, wir warten mal lieber ab. Okay, wir gehen auf den Campus, Shopping Mall, Fitness Club, Downwood Park, Nugmack Café. Puh, Nugmack Café, ich geh... Oh, das ist Nugmack Café. Gute Wahl, Rucki. Ich könnte es nicht besser aus mir selbst. Okay, bereit? Geh dein Gameface an. Okay, los geht's. Wir treffen uns das erste Mädchen. Los geht's. Wuh! Ich bin ganz aufgeregt. Oh, warte. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Was mache ich sonst überhaupt mit meinen Händen? Hallo. Oh, hallo. Excuse me, miss? Yeah? Ich bin hier für ein paar Jahre, jetzt. Ich bin immer noch nicht geholfen. Oh, ja, so mein Schiff hat sich einfach endet. Ich bin ziemlich aus der Tür, bereits. Um, ich denke, jemand anderes sollte in irgendeine Minute sein. Ich bin nur noch ein Cappuccino. Es dauert nur eine Sekunde. Ich meine, es ist mehr als eine Sekunde, so... Are you serious? Ich sollte schon seit über 15 Minuten verlassen, okay? Ich bin fertig. Wow, okay. Wow, okay. Mm, mm, I love me some chocolate. Ach du Scheiße, ey. Was ist hier los? Don't worry. They can't see or hear me. I'm just a figment of your imagination. Plattwist. Plattwist. Okay, ey, was ist hier los? Open with something safe. Like something she probably wants to hear. Okay. Somebody woke up on the wrong side of the... Ah, jemand ist wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden. Meine Stimme, meine Stimme. Ah, es juckt. Entschuldigung. Ridiculous. Weiß, äh, weißt du nicht, was es heißt? Äh, willst du, dass ich mit dem Manager spreche? Oder... Customer Service... Siehst du, ey... Customer Service... Oder, ähm... Kundenservice... Ach, Kundenservice... Der Kundendienst diese Tage. Oder so. Ach ja, Bedienung heutzutage. Oder so, was ähnliches. Ähm... Ja. Nein, das ist okay. Danke, dass du das offerst, aber ich bin nicht sicher, dass es sehr gut sein würde. Der Nerv von einigen Leuten, doch. Ich meine, wirklich. Ist eine Kaffee so viel zu fragen? Sooo, sorry, dass ich dich nicht verabschiedet habe. Hast du auch lange warten, hierzu? Ich bin nur mir warten, um eine Chance zu reden, um mit dir reden zu können. Oder so. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich dich an deine Zeit schaue, stand still. Ach so, wenn... Ach so, wenn ich an... Okay, ich weiß es nicht mehr. Wenn ich dich anschaue, steht die Zeit still. Ja, aber es ist okay, weil ich helfe dich, um dich zu erinnern, während du... Keine Ahnung. Ich? Warum? Du siehst, was du magst? Ich muss dir auch bezüglich, aber das ist ziemlich wunderschön. Du hörst das nicht oft genug. Ist das deine Technik? Hitting on girls at the coffee shop? Yes, genau, genau so. So nicht anders. Only if they are cute ones as you are. Also, ähm... Nur wenn so welche so süßen sind wie du. Magic fairies that follows me, what tells me. Das klingt, das klingt, das klingt wie ein Irrer, ey. Ich mach nur, ich mach nur das, was die magische Fee, ähm, ich mach nur das, was die magische Fee mir sagt, was ich tun soll. Ist es working? Fragezeichen, funktioniert es? Ich würde nicht sagen, es ist not working. Ich will dir was, Big Shot. Du klingst mich in einem guten Mood. Ich gebe normalerweise nicht so schnell in, so consider yourself lucky. Mein Name ist Lola. Wenn ich meine Kappe in dem nächsten Jahr in den nächsten Jahr bekommen kann, vielleicht können wir unten sitzen. Ich will mehr über wie attraktiv ich bin. Natürlich. Und schau das Mädchen-Finder-Screen. Ich bin gespannt. Du bist gespannt? Ja, du bist gespannt. Geh' ihn. Komm mir rein, wenn du mich brauchst. Was sage ich? Natürlich, du brauchst mich. Ach, scheiße. Hihihi. Äh, ja, okay. Ich habe eine neue Message von Q. Message. Vor allem, dass du das Geld verdient hast, kannst du das, um Gäste, Essen und Trinken kaufen, um die App-App-App-App-Honeybien. Äh, it will even detect which gift the girl you have talking to prefers and will mark them with an Icon. We have practically done all the work for you. Ah, ja. Ist ja nett. Also, bevor du es vergisst, das Money ist, wie du sagst, das Geld. Äh, du kannst das benutzen, um Geschenke essen und trinken, im Store-App zu kaufen. Also in diesem Honeybee-Kack hier. Äh, und es kann irgendwie die, oder es spürt irgendwie die Gifts the girl, äh, detect which girl, which gift the girl you have talking to prefers. Achso, das kann irgendwie aufspüren, beziehungsweise dir sagen, was, äh, was die wollen, was für Geschenke wollen. Genau, mit dem ich gerade spreche. Und das macht sie, belegt sie dann mit dem Icon. Wir haben praktisch getan und sie haben alles für mich getan. Achso, das ist nett. Was steht denn das hier? Das oder was? Ping, ping? Aha. Okay. Aber was ist denn das Herz und was ist denn Gift Value? Ah, ja. Lola. Okay. Most desired trade. Romance. Last desired trade. Talent. Unique Gift, also das Beste, was man so kombinieren kann. Und Romance, was dann halt so am schlechtesten ist. Äh, Romance ist das Beste und Talent ist anscheinend das Schlechteste. Unique Gift Type, also, äh, einmaliger oder was auch immer. Travel, Love, Gift Type, Sports. Travel und Sport, also Sport, äh, warte mal, kurz vergleichen. Flying Dist, Swimming Cap, Trades. Ähm, hä? So, ja, okay. Äh, Breakfast, also Marc, Essen, Frühstück und Früchte und Marc, Gift Type, Backing und Scoop, Cooper, Bucking? Äh, was auch immer. Ha, favorite drinks, Cocktail und Alkohol-Tolerance normal. Okay, gut zu wissen. Ah, ja. Lustige, lusti, lustis Nightclub. Okay, kann ich mal das Ding rumstellen? Ja, okay. Dann werden wir mal gucken, was haben wir denn? View Inventory. Ah, ja. Okay, da kann ich direkt immer drauf. Check Profil, Ask of a Date. Girl Finder. Ask me something about myself. Äh, this is when, how tall are you? What, what do you do like this? I'm glad you asked. I'm an airline stewardess and I absolutely love it. Ah, das ist ein Stuhl jetzt. Okay, Collection. Ach, du kannst hier auch noch andere Sachen anziehen. Das ist sehr krass. Cool. Ähm. What cooking good looking? What cooking good looking? Oh, danke. Look at me. Okay, random. That's all right. I like random. I'm exactly five foot seven. Keine Ahnung, was five foot sind. Ja. Okay, ooh, sind das? Aber Nahrungsanzeige wird gering. All right, answer me this. What do you think is the most important trait to have in a girlfriend? What do you think is the most important trait to have in a girlfriend? Äh, an ambition and in a woman a real go-getter. I just want somebody who laughs at my stupid jokes. Old sex. Well, you're in luck. I think that defines me fairly well. Ja, siehste, ich hab's drauf. Wenn ich's einfach drauf hab, weißt du? Oh Gott, Alter, ey, dieses Spiel, ey, das ist so ein Fall, ey. Nein, ey, das ist so krass. Der war's. Der war's zweideutig, ey, das gibt's doch gar nicht. Okay, was mag die denn? Guck mal, sie mag. Äh, like food style breakfast in... Food... 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 Ah ja, hier steht's auch. Bagels... Pineapple... Yes. Ach hier, nur Nachricht. Äh, bevor I forgot the money you earned... Anja, das hab ich ja schon. Pay attention to the... Appetit meter. Ach so, das ist das Essens... Barometer. A girl gets hungry, standing around, chatting all day. Okay, ein Mädchen wird hungrig, wenn sie den ganzen Tag rumsteht und quatscht. Das kann ich mir vorstellen. Wenn sie hungrig ist, check the store, to see if there are any food items, that she might like. Okay, also, wenn sie hungrig wird, guck im store nach, ob da irgendwelches Food ist, also irgendwelches Essen, was sie mag. Okay, hab ich ja schon. So, jetzt geb ich mir mal ein Pineapple. Oh, delicious. Du könntest nicht für einen besseren Snack fragen. Yes. Okay, jetzt ask nur, ob ich ein Date. Okay, das klingt gut. Juhu! First Date with Lola. Golden Falls Casino. Oh, hallo? Das wird Spaß. Ich hoffe, ich gewinne mehr als du. Mal gucken. Ah, jetzt geht das hier wieder los, wa? Äh... Ja, ich gehe direkt um... Ja, gut. Okay, okay, okay. Ja, das läuft, das läuft. Nee, was macht ihr denn eigentlich für eine Trades? Romance und Talent. Das ist Talent und das ist Romance, ne? Passion. Was ist denn Romance? Ist das Romance? Ach. Orange. Jut. Orange, also. Soll also Orange sein. Ähm. Das mag es eigentlich aber nicht. Und ich kriege es eigentlich nur hin. Siehst du, genau. So läuft es. So läuft das. So nicht anders. Ach, Gottes Willen. Jawoll. Das war ein guter. Der war gut. Sehr schön. So, was haben wir noch? Ich will diese blöden anderen Herzen loswerden. Ah. Puzzle-Spiele. Oh Gott. Yes. Okay. Hat anscheinend bei dir einen ganz anderen Effekt gehabt. Wir steigen uns erst mal Passion-Level. Wir steigen uns erst mal Passion-Level. Oh Gott, wir haben noch zwölf Moves und wir sind noch mal bei der Hälfte. Ah. Oh Gott, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Orange. Wir müssen Orange zusammenkriegen irgendwie. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ach, Gottes Willen. Äh. Hä? Ich sehe es wahrscheinlich einfach wieder nicht. Gott, das ist jetzt aber richtig alles verteilt hier. Was soll denn das? Ach, nö. Ach, na gut. Okay. Nein, 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 nein. Scheiße. Ach, kacke. Jetzt haben wir es verkackt. Jetzt haben wir es schon verkackt. Das war schlecht. So ein Bullshit. Na gut. Okay, haben wir wieder ein bisschen rausgeholt. Hm. Oh, noch sechs Moves. Schauen, mal schauen, ob noch was wird hier. Ah. Jawohl. Oh, sechs Moves. Das könnte knapp werden. Ah, ne, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem, kein Problem. Das muss nur noch... Irgendwie hier... Orange schon wieder. Ich brauche schon wieder Orange. Mann. Du siehst den... Wald auf Verläuterbäumen. Nichts. Okay. Orange. Ja. Ja. Achso, 120 braucht die. Ach, du Scheiße. Ach, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Das läuft doch hier. Passion Level. Wo ist denn das Passion Level? Wie viel mehr Dinge. Ja, hier noch ein bisschen Rot rein. Ja, gut. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft, Leute. Wir haben es hingekriegt. Das läuft. Sehr schön. Success. Yes. Und ein Auszeichnung. Sehr maybe hope. Ich bin froh, dass ich dich mitgekommen bin. Es war ein Spaß. Cool. Dankeschön. Dankeschön. Es war auch ein Spaß mit dir. So. Oh. Wir haben schon Level 2. Okay. Ich habe ein paar Messages. Was sagst du denn? Every date you go on... You go on is gonna be more challenging than the last. Okay. If you don't... Also, jedes Date, auf das du gehst, wird immer schwerer. If you don't improve your trades, you're gonna blow it. Also, wenn du deine trades nicht erhöhst, wird's schlecht. You can use a honey. You earn from interacting with girls to upgrade your trades using your trades app. Also, ich kann das Ding wieder benutzen. Ah, nee, das Honey. Also, das Zeug hier, das ich kriege, um mein Augen was upzudaten. Verstehe. Ich habe doch noch irgendwas gekriegt. Select Default Outfit. Downtown Random. Achso. Achso, Downtown ist das... Ah, okay. Kannst du dir ja schon ein Outfit auszumen. Hehe. Sehr lustig. Sehr lustig. Get ready for a surprise test. What's my height? And don't just guess. You have a pretty sweet memory. Ich weiß, ich habe es voll drauf. Ich fühle mich ein bisschen lightheaded. Ich sollte etwas essen. Okay. Natürlich. Stopfen die natürlich voll mit. Oh Gott. Die haben Bagel noch und dann reicht das. Oh, Mann. Oh Gott, du hast meine Schwierigkeiten gefunden. Ich kann breakfast für jedes Essen, ich schwöre. Na gut, dann quatsch noch, bis sie wieder lernen. Ja. Work at random with a tall, mao machi, you white. Well, uh, 122 lbs. Ich versuche die Dietung, aber. Yes. Ah, gut. Okay, man kommt hier ähnlich. Sehr schön. Was ist das? Kann ich hier ein... Ein excellent Gift for a girl with a friend to her culinary arts Gift value. Aha. Kann ich nicht damit anfangen? Ich kauf das einfach mal. Guck mal, was passiert. Ah, okay. Ja, tut gut, ja, ist okay. Weißt du, was ich mir ein bisschen interessiert habe? Was ist es über mich, das hat mich wirklich anrufen? Also ich war noch nie mit einem schwarzen Mädchen zugange, so I want to get that in. Okay. Ich bin die Uniform. Yeah. Okay, das war's. Ich glaube, hier kriege ich nichts mehr. So, ich muss mal gucken, was diese Honeybee jetzt meinte mit diesen Trades. Was macht das denn? Musik. Talent-Token-Matches gibt es in einem 100% Affection. Achso, das erhöht irgendwas. 1500. Sexuality. Bandages. The penalty for matching Broken Heart Token degrees to of your current Affection per Broken Heart Token. Achso. Ah, das ist gut. The maximum Passion-Level increase to the sex und Token-Match. Achso, oh. Power. Snake-Fluge. Multiple Affection earned from... Aha. Luck. Pokéchips. The change of generating a Power Token increasing to four of a kind matching 80% for... Was auch immer. Einen Power Token. Ich glaube, ich nehme mal dieses... Das will die anderen dann nicht mehr so viel schaden. Ah, guck. Ah, das kannst du weiter updaten. Das ist cool. Das ist gut. Sehr schön. So. Ne? Girlfinder. Kann ich auch eigentlich von irgendwo hingehen? Ich muss ja... Ich muss ja... Ich muss ja... Ich muss ja... Tschüss. Ah ja. Lass die Nightclub. Lust dies Nightclub. Hallo. Ah, Audrey. Können wir jetzt rausgehen? Klamm dich, Nick. Wir haben gerade hierhin. Gerade hierhin? We've been here for at least an hour. Oh. Don't be such a downer. Loosen up a little. I'll buy you a drink. What do you want? I don't want anything. I'm not even old enough to drink. They don't care. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Das ist das für you. Why do you do this every fucking time? Alter. Ich muss ja, chill out for once. I don't know. Have fun. This isn't fun. Everybody here is a complete douchebag. Ho, ho, ho. I told you I didn't want to come here and you dragged me anyway. Just like last time. Hast du deine Mutter mit diesem Mann? Sie können nicht nur sitzen in deinem Rennen all day. Du musst fucking existieren oder so. I don't sit in meinem Rennen all day. Whatever. Geh, leave. Bye. Ha. Oh, shit. So eine Bitch. I was afraid, we might run into one of these. It doesn't look like she's a big fan of people. But your weirdness might actually pay off here. Dankeschön. Dankeschön. Das ist aber nett von dir. But just be yourself. Ah, juhu. Hey. Hey. Good luck you waited to be somewhere. So sieht, dass du lieber woanders wärst. No shit. What gave it away? Ah, vorsichtig. I like your hair. Uh, natural color. I feel your pain. Really seen, this is nicht wirklich meine Sehnau. Okay, so why are you here exactly? Sorry, but can you leave me alone? There's plenty of other girls here for you to talk to. That's why I'm talking to you against these, I can, I can, I can, I can, I can do the other not show. Okay, why are you so hostile? I'm just trying to say hi. Alright, sorry for, okay. Look, I see what you're trying to do, but I'm not interested. Okay? Verdammt! Don't beat yourself up over it. She was a lost cause to begin with. Plenty of fish in the sea. Let's see, how about... Wait, is she coming back over here? This ought to be interesting. Yes, she comes back. Um, hey, you know what? It's Nikki. My name. Yes! Maybe I was a little bit quick to judge. Force of habit. I'm normally not the type of girl that, like, talks to people or whatever, but I guess you can keep me company until my friend is ready to go. Sehr gut! Jawohl, hat geklappt. Okay. Out of town? Mhm. Message? New, okay. Know how to use balls to your avenge? Usually girl will only drink at night when they are out, but the more hammer she... But the more hammered she is, the more honey you will earn by talking with her or giving her gifts. Okay, alles klar. Irgendwie sowas. Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, sold out? So, ich hab' ich noch gekauft. Achso. So, maybe this is kind of personal, but what's more important to you? Looks or personality? Naja, natürlich personality. Is a bit of both, be nice, I have to attract them to my partner, otherwise it's gonna be okay, looks don't do much for me if you're a piece of shit inside, you know. Tell me about it. My friend Audrey is hot, but she's such a bitch. Naja, das hört man, das hört man an. Talent and sexuality, das ist okay. Artist, Gaming, Academy, Aquarium, Candy, Desert, Desert, Beer. Ich kauf dir mal ein Bier. Gucken, was passiert. Ist dir überhaupt schon alt genug zum trinken? Mann! Wo ist der Store? Da! Okay, Bier, 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 Bier. Was ist denn unique? Oh, ha? Hab ich noch von? Gifor, Spirits, Birken, Aha, Arken, Wingpin, T-t-t-t-t-t, Can earn it while talking to... Oh, ja. Ist natürlich gut. Äh. For a natural woman. Chalkstick. For a Japanese woman. Latina. For a nerdy girl. Die ist doch nerdy... Das ist doch nerdy... Achso, stell dir auch da. Verdammt, ich hätte es doch einfach mal machen können. So schaut es aus, bitch. Ist okay, ist okay. Was ist in deinem Kopf? Äh, du für one season over the other? Not really. But winter is pretty cool, because nobody bugs me to go outside. Haha, okay. Kann ich hier mal gucken. Ah ja, favorite season is winter. Ähm, do you mind if I ask you a question real quick? Do you go to a lot of parties? Äh, I go to pretty much every party I can get myself invited to? Okay, ich geh fast zu jeder, die, wo sie mich eingeladen werde. Only, I only go when I'm, when I know my class I'm going to be there. Okay, ich geh nur, wenn irgendwelche guten Freunde von mir da sind. I can stand parties or kind of people who got... Ditto, es ist nur eine Erklärung, um zu drücken zu gehen und zu stupid zu gehen. Okay, die muss das essen. Äh... Food? Okay, die macht Bubblegum. Ich hab gar nicht mehr so viel Geld, ey. Ja, okay, danke. Ich kann es ja mal auf einem Datei haben. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu tun, um zu tun zu tun. Okay, wir können es gehen. All diese Däsche sind gross. Lass uns zum Dessertmenü gehen. Wohin. Oh, nice. Was mag die denn eigentlich, verdammt? Talent und Sexualität gar nicht. All right, all right. Sentiments. Äh, Talent ist gut. Sehr schön. Das läuft, das läuft. Jawohl. Ähm... Das hier rüber? So sieht es gut aus. So sieht es gut aus. Jawohl. Und das hier, jawohl. Ach, verdammt, schade. Ich dachte, das hätte ja auch geklappt. Ähm... Move holen. Das ist nicht so schlecht. Dann ziehen wir... Ähm... Nein, verdammt. Verdammt, verdammt. Ah, scheiße. Thank you. Kein Problem. Ah, verdammt. Scheiße, das hat... Das hat mir jetzt den Sieg gekostet. So, die mag Talent, ne? Da muss ich jetzt... Echt ja... Oh Gott. Wo kennt Talent da? Wie soll ich mich auf Talent setzen, wo kennt Talent da ist? Scheiße. Richtig geeignet für so eine Spiegel. Hier ist Talent. Jawohl. Hm. Ein paar Sentiments. Oh Gott, das wird nix. Das wird nix. Ah, verdammt. Wir werden es verlieren. Wir werden es verlieren. Wenn nicht nur was richtig Gutes passiert, werden wir es echt verkacken. Das ist nicht gut. Irgendwo ein Vierer vielleicht. Ach, ich seh das. Das ist immer so unübersichtlich, find ich. Nein, 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 nein. Das hat gerade zwei Moves noch, ey. Das krieg ich nie hin. Soll ich das hinkriegen noch? Zwei Moves. Müsste ich jetzt einen ultimativen Move hin zaubern. Leider nix wird. Ja, so wird das nix. So krieg ich das niemals hin. Oh. Okay. Die Zeit ist auch schon wieder um. Halbe Stunde. Wir müssen die Folge gleich beenden. Ich werd das nur noch hier schnell verlieren. und dann mach ich fertig. Okay, warte mal. Ach, komm schon. Jetzt tu doch was. Ah, ich seh auch gar nix. Also... Ah. Ja, verdammt. Leute, das wird nie was. Hier haben wir eine Talente. Ach, verdammt. Fail. Right. Aber wir haben ein bisschen Kohle. Verdammt. Okay. It happens. I guess I can let it slip if you promise you just to... Ja, klar. Ho, 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 ho. Ich hab versagt. Mist. Okay, warte. Lesen wir die Messer-Story und dann machen wir auch Schluss. Okay, I will... I'll make you a deal. Every time you give a girl a gift that she loves, I will be honored of your intent, send you a present too. Can you use on a date? I'm sure a nice person. You're a fairy. Jawohl. Okay, Leute. Ja, das war's mit der zweiten Folge von... Honey... Boop. Mein Valentinstag-Special am Wochenende. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal schauen, ja? Ich bin der Captain. Meldt mich ab. Ciao.